So Anton, ihr Langhaarigen müsst jetzt hier mal ein bisschen geschnitten werden, ja, aus gesundheitlichen Vorsorgegründen, jetzt wo sie hier drinnen im warmen Überwinteren brauchen sie dieses lange Angorafell nicht, das macht uns nur Probleme. Okay, okay, du gerupftes Huhn, ja Anton, hier unten sieht man was abgegangen ist, so die nächste bitte, Chiara kriegt auch etwas eingekürzt, weil sie und Nala und Nora hatten eine Milbenbehandlung, bekommen noch die zweite und dritte Spritze, und das muss jetzt auch sein, so, naja, da ist es ja auch überstanden, hier ist das Fell, oh Nala, hab ich dich vergessen aufzunehmen, hä, 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 naja, nun ist es schon vorbei, ach, ich bessere hier vielleicht nochmal kurz was aus, aber naja, egal, jetzt kommt bloß noch Putzi, aber der muss erst noch seine Weihnachtsansprache machen, So, jetzt muss der wunderschöne Putzlappen auch noch geschnitten werden, das bringt ja alles nichts, hier nochmal die Übersicht, wie der aussieht, so, aber jetzt für die kommenden Monate hier drinnen im warmen, da ist das angebracht, dass er geschnitten wird. Okay Putzi, hier eine Locke durfte er behalten, und dann tschüss bis zum nächsten Video.